Hallöchen Leute! Ich habe mir heute mal den Stefan dazu geholt aus dem ganz einfachen Grund wir haben Weihnachtsmüssen auf das habe ich Stefan dazu geholt damit ich nicht allein so richtig schön bekloppt aussehe ähm ich möchte mit dem Stefan ein kleines Weihnachtsbäsche machen wie letztes Jahr auch schon wie letztes Jahr auch schon äh ich habe mir so ein paar Gedanken gemacht wieso einige Leute denn Weihnachten feiern wie zum Beispiel Gamer komm 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 los noch ein Level JA MAIN warte 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 was ist denn? mir fällt gerade was ein war heute nicht irgendwie Weihnachten? oh shit ja scheiße lass es schnell los ja Moment also so warte auf mich oder Alkoholiker heute ist der Weihnachtsabend und ich habe Bier am Start lass mich einfach nur in Ruhe sonst gebe ich dir keines ab ich schaue gerne dieses Video von diesen beiden Trötteln doch leider kann ich dies nur ertragen nach einer Menge gebutteln brust oder oi interessant die Hauptstadt von Taiwan ist also Hanoi ist also Hanoi ich finde es immer wieder gut dass es freie Tage wie Weihnachten gibt wo ich lernen kann ja oder auch Dennis ja oder auch Dennis ja hm so bevor ich jetzt starte möchte ich erstmal überlegen wie ich diesen dummen pannenbauen craften kann hm boah wann läden dieser dämliche Freak denn endlich ein neues Video hoch damit ich ihn haten kann verdammt so liebe Leute das war also das meiner Special man stellt nun drei Dinge fest Punkt 1 ist ich sitze jetzt hier und Stefan da it's magic Punkt 2 wäre wir passen vollkommen in das Klischee von RTL das ist richtig und Punkt 3 ist ich habe eine völlig andere Mütze auf auf jeden Fall ich habe es in einem Minecraft Let's Play schon mal bewiesen ich kann zaubern ok Leute in diesem Sinne wünschen wir euch frohe Weihnachten lasst euch reich beschenken und am besten noch ins neue Jahr gut reinrutschen genau und bleibt mir und dem Stefan treu Daumen hoch Daumen hoch macht gut tschö ach ja Leute und fast hätte ich was vergessen jetzt kommen noch so ein paar Szenen die nicht ganz so spektakulär sind spektakulär sind viel Spaß dabei muss lange drauf bleiben zählt die Uhr unten ich glaube also ich so jetzt Aua ich sitz auf dem Buch er auf dem Buch ach so sollte man uns irgendwie sehen wir müssen uns erstmal einfallen lassen schräg schräg so wir müssen schräg auf dem Buch die wir müssen Wieso? Auf einmal wieder. Da ist es gut. Ja, wir können noch nichts machen. Guten Tag! Was ist die Stippe draus geschnitten? Ich bin passiert nicht. Klar, wir sind beide drauf. Nämlich. So, wenn ich auch nicht... Ja, eigentlich schon. Hm, jetzt wird das Ding runter. Dann soll das klappen. Wieso nehme ich auf? Scheiße. Fail. Ah, nee. Ich habe eine tolle Tastatur, ne? Die leuchtet richtig voll. Richtig voll? Richtig voll, ja. Und richtig leer, was macht die Gang? Da unterstützt sie nicht. Moment. Moment. So, jetzt ist es so richtig leer. Jetzt ist es so richtig voll. Ich würde über die Kamera noch so weiter hinstellen, das kommt hier. So kommt hier.